so ein zweiter oder ein weiterer versuch diese rahmen zu finden oder was auch immer das war wie war das jetzt nochmal hallo erstmal bei einem neuen let's play mit mir und den hellblades den verwirrungen pur also mir geht es auf jeden fall so verwirrungen pur genau das zeichnen illusion und dann kommt bestimmt ein kampf so wie sich das anhört ich habe beim letzten mal ja draußen ja ewig sucht also ich glaube dass das ist hier irgendwie dann doch was ist zum suchen ich habe keine ahnung da war ich ja letztes mal auch schon mal dran und dann habe ich zwar nichts gesehen ah oh buggy nee das ist nicht leid da nee der will ich letztes mal gar nicht sehen glaube ich hat er hat jetzt einen guten riecher cool oder war ich da schon oben ich weiß nicht ich glaube nicht gehe ich mal doch und dann ah siehste euch nirr Jetzt muss ich da wieder rüber. Und dann kann man nämlich da oben weiter gehen. Mann, also, Mann, es ist doch total einfach, wenn man es... Oh Gott, das ist echt nervig, so ist er. Der Feinde ist einfach worden im Entschädigen für seinen Fluss anrufen. Verbreten sie ihn an die Naht? Oh, Verrat. Oh, jetzt geht es hier weiter. Ich glaube, ich spinne... Oh Mann, ich habe so viel Zeit verbraten. So was nervt mich. Wenn es dann doch irgendwie das mit ihm übersehen haben. Oh. Druth. The man that I am now. And though Finden never set eyes on his dear sister again. I, Druth, have found you, Senua. Woher? Woher? I wish you could have seen my home before these dark times. Und jetzt? Uh! Ah ja. Woher? Schneller geht's nicht. Es sieht so aus, als wenn ich da jetzt hochmache. Jetzt habe ich schon wieder... Oh, welche Richtung? Oh Leute. Shit. Hä? Hä? Ich muss weiter hoch. Darauf muss ich. Oder? Ach, das ist ja blöd. Ja, da muss ich doch da rein. Klar. Wieder irgendwie so eine Illusion finden. Oder Illusions... Entwirrer. Ja, genau. Den suchen wir. Ah, jetzt geht's da rüber. Hahaha. So. See. Gehen wir halt nicht über die Brücke, sondern über den Balken. Oder? War das jetzt richtig? Äh. Nee. Das ist echt fiesig. Und jetzt auch? Ah, jetzt kann ich das vielleicht umschmeißen. Hä? Kann man da rundum? Hä? Vielleicht kann ich das vielleicht umschmeißen. Da rundum. Aha. Puff. Oh Mann. Man muss sich einfach das drauf und ab und zu machen. Aber nicht so. Sondern ich gehe so weiter. Hoffe ich jetzt mal. Genau. Ich werde da hoch. Kann man da auf dem Baum irgendwas hoch oder wie? Wie geht das jetzt? Doch zurück. Warum muss ich jetzt da zurück? Ah. Da geht's nochmal hoch, oder? Oder? Wo bin ich da hergekommen? Verwirrung, echt. Hast du mich verwirrt, das Spiel? Ja. Wo bin ich da hergekommen? Quatsch. Hm. Muss ich jetzt vielleicht nochmal durch das Tor? Ist da noch was? Nee. Feuerschüssel. Mal gucken. Mal gucken. Ich wäre eigentlich da rüber irgendwie, gell? Oh, Leute. Ich müsste halt glaub ich schon auf den Baum hoch oder irgendwie. Jetzt laufen wir nochmal durch. Ja. Hä? Ist der Balken weg? Ach, jetzt ist er weg. Doch das, dass das Ding auf ist. Ah, das ist sehr doof. Okay. Na ja. Wie geil. Oh. Ich kann ja jetzt über die Brücke gehen. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber. Jetzt. da. Da. Ah, da geht's doch hoch. Ha. Mann, oh Mann. Ich würde ja im Leben ja nie da hoch gehen. Nur mit guten Schuhen und gesichert wie in einem Kletterwald. Ha. Ich komme in die Nähe. Also wenn ich im Kletterwald bin, das geht dann schon ganz gut. Wow. Wow, das ist ein VR jetzt. Ohoho. Mit der Vive-Brille. Die habe ich ja. Also diese HTC Vive-VR-Brille. Habt ihr auch schon ein bisschen. Nein. 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 Ähm. Ich bin tot. Von so einem Quatsch. Irgendeiner bei uns hat hier mal gesagt, man kann ja gar nicht runterfallen. Und sterben. Ha. Ha. Na gut. Jetzt quatsche ich mal nix. Ich muss jetzt da laufen. Jetzt sieh mal. Ichочку mal nein. Das ist alles. Dies hat mich seit diesem Moment. Ja. Meine ich mache das. Und ich habe hier... Das ist alles. Das muss mal wieder rüberlaufen oder? Jetzt bin ich im Nest des Raben. So, machen wir das einmal fertig hier. Ja, ja, ich sterbe bei sowas, prima, typisch. Jetzt. Ich hab's endlich. Sie hat es getan, dass sie das gebrochen hat. Das Tor ist auf dem Feld. Ich weiß es aus den Wilden. Es kommt zurück von mir. Uh. Was war das? Ähm, hallo? Oh. I'm still here. Ja, bitte noch da. Where are we? I remember. Oh. 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 Kommt mir jetzt vor wie bei Nachtkirschen. Oh. Ich bin hier. Ich bin hier auf. Hohe. Helv! Nun hat uns das Reitere ab. Was hat sie getan? Ich habe mich in die Züge. Was ist passiert? Ich habe dir in der Gäfte. Neue. Ich habe dich. Und da bin ich so weit. Das war mirang. Da ist mir keine Arbeit. Oh. 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 Und du erinnerst, was er dir gesagt hat? Hör mir. Hör mir. Senua. Take meine Iron Mirror. Look into it. For it is a window into the Underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus. Focus. Oh Gott. Ich tue es ja. Oh. Was sind das? Ach du Schande. Focus. Uh. Oh oh. Oh je. Leute. Was ist das? Oh je. Was ist das? Oh. Was tut der da? Das sieht nicht gut aus. Was ist das? Ah, Scheibe! Scheibe! Wo ist er jetzt? Die Ratte! Ah! Ah! Nein, steh auf! Komm! Steh auf! Nein, 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 nein! Wo? Das ist ein Fisch! Oh Gott! Scheibe, komm nicht weg! Nein! Steh auf! Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Oh! Es ist E4! Oh! 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 Ich weiß nicht. Scheibe! Nein! Komm! Mädel, steh auf! Steh auf, steh auf! Efter! Nein! Efter, komm! Mädel! Hau zu! Hau zu! Mach es! Tu es! Das wäre jetzt lieflich. Streck! Jawoll! Haha! Hoffentlich! Beim ersten Ball! Cool! Die Wunderschöne werden stärker. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, ist es? In those dark winter nights in the Wilds, there were times when she considered... ...letting go. Ja, Meister der Illusion, das bin ich echt. Gott! Der Wahnsinn! Leute, genial! Ich habe ihn geschafft! Yeah! Diesen bösen Raben! Jetzt bin ich ja gespannt! Was muss ich jetzt tun? Sieht so ganz anders aus hier, Leute! Viel heller! Nicht mehr so dunkel! Das Licht angeschalten! Jetzt muss ich, glaube ich, zurück. Gehe ich da richtig? Keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe falsch. Ich muss dahinten. Ich muss dahinten. Ach, der Wald ist schön befreit von Finsternis. Wie schön! Ah, cool. After a while, she could see the faces everywhere. The trees. The mountains. Caves. Das ist wirklich schön, hier. Und jetzt? I wonder. Can you see the faces too? Ich habe schon mal, als ich mein Let's Play letztes Mal geschnitten habe, oder geschnitten nicht, aber gerendert habe, habe ich was gesehen im Wasserfall. Vielleicht muss ich das Gesicht suchen. Mutter? Hä? Hm? 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 Ich bin da jetzt wieder zurück, wo ich... Ich muss doch zu der einen Türe, dass ich die aufmachen kann. Oder? Bin ich da jetzt wieder vorbeigelaufen? Ach ja, wenn ich mich nicht immer so verirren würde selber. Aber... Das wäre schon mal was wert, gell? Zu dieser Tür doch kommen. Hm? Ich muss da wieder raus, genau. Es war schon so richtig. Doch, doch. Ich glaub schon. Ich hoffe jetzt mal. Ja, da ist die Tür, die ich mein. Genau. Wo die beiden Zeichen sind. Wo das Rode noch gefehlt hat. Das ist der Raben. Und das Rode noch gefehlt hat. Das ist der Raben. Mit Valverance? Was kannst du da? Die Brücke aufmachen. Ach, das sind die beiden da eben. Oh, oh. Jetzt wird's Nacht. Muss ich da jetzt... Hat jemand eine Fackel? Jetzt wird's mal langsam gruselig. Leute? Ich spiel das auch noch abends immer. Wenn's draußen dunkel ist. Wow. Okay, das ist ein Videoclip jetzt. Das sieht aber nicht genau wie die Ruhe. Oh mein Gott. Setzt eurem Kopfhörer auf, Leute. Oh Gott, scheiße. Oh Gott, scheiße. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Du wirst, wenn du sehen, was sie getan hat, dein liebster Liebster. Dallien! Dallien. 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 Ja behave Mist. Möke ich den Zung. Kyll mich am유를fsä Couple günstig. Aber nicht du不能 verhuvern. Ihr podjęt das nicht. In dieser tinie Loyalisierung, wirst du DWP raahren. In deinem type hat dir締gt.. A Irt. Was ist jetzt los, Leute? Gott, ist ja gruselig Oh Oh You ran from it, but brought it nearer Led it to him An endless suffering Worse than death And you wanted to surrender Abandon and divine peace with the gods No The darkness won't allow it So 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 Oh 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 What do I do now? I don't know I don't know What do I do? Oh I don't trust I'm here I'm completely I'm here I'm here I'm here I have no time to talk I'm here Alright I 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 Ich glaube, da kommen einige jetzt auf mich zu, oder? Eins. Boah. Ich werde es nicht schaffen, gleich auf das erste Mal, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ich wollte eigentlich... Geh, Mädel. Geh, ich schwitze. Geh. 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 Au. Nein. Steh auf. Du stöpst nicht. Geh vor. Geh halt vor. Geh vor. Geh halt vor. Ah. Ah. Ich sehe ihn nicht. Ich habe echt Schiss vom Endgegner, Leute. Das sind nur Vorgeplänkel. Geh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Scheibe. Das ist nicht so gut. Scheibe. Das ist einfach der mit dem Schild. Das ist so eng. Scheibe. Das ist einfach der mit dem Schild. Nicht nochmal drauf. Nein. Jetzt. Fangen halt an. Scheiße. Nein. Nein. Ich hätte es anders machen sollen. Ah. Nein. übel. Nein. Ach. Nein. Nein. 가� curious. Nein. Ich habe doch viel gel earlier. Nein. Ich habe echt Schiss, Leute. Na gut. Ich weiß aber jetzt wissen. Ist das jetzt hier abgespeichert oder muss ich jetzt nachher den Kampf nochmal machen, oder? Ich habe das Gefühl, dass ich eine Türe haben kann. Ganz vorsichtig, meine Rätspitzel. Oh, oh. Das hört sich gruselig an. Oh! Oh, nee! Oh Gott! Nein! Oh, scheiße! Ich tipp und kann gar nichts tun. Das ist ein Video. Nein, oder? Boah! Ach du Schandetot! Das ist gut. Ah, das ist gut. Ich tippe, Leck! Das bringt gar nichts. Gott! Etza! Schlag halt zu! Oh, shit! Nooo Jetzt drehen wir auch noch um. Oh shit. Oh shit. Das ist eine Merde. Los geht's! Gave 4! oh they Scheiße! Nein! 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 Das gibt's nicht. Scheibe. Das muss ich alles nochmal machen. Mein Gott. Oh, das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Die Oboe, dann ist es... Oh Oh Yeah, I didn't do this thing Nicht schon wieder in die Enge treiben lassen. Und? Nein! Ah nicht schon wieder! Steh auf! Komm bitte bitte bitte! Ich hab's geschafft! Oh yeah! Weh, das wird nicht gespeichert. Oh yeah! Und jetzt kommt noch der größere Kampfhörer. Wie viel Hilfe? Diese Türen! Ich hasse sie! Jetzt so? Hä? Geht gar nichts! Oh shit! Und jetzt? So, jetzt? Was muss ich jetzt machen? Hä? Hä? Bin ich da da reingekommen, oder? Hä? 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 Nein! Hä? 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 Niemals gerade! Hä? Hä? Ich fand's jetzt echt spannend! Ich fand's jetzt echt cool! Und sehr anstrengend! Ähm, und deswegen, ja, ich glaube die Zeichen, die heben wir uns für das nächste Display auf! Bis dann! Und tschüss! Ciao ri! Tschüss! Ciao!